So, hallo, jetzt geht es ein bisschen Salsa, wir haben uns was ganz überlegt, wir zeigen es euch einmal mit Musik ganz kurz mal vor, was da rauskommen soll, dann war hier extra für dich, und ansonsten gibt es das Ganze danach mit Erklärung. Auf jeden Fall einmal kurz mit Musik. Musik 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 Das muss sein. Musik Also, wie gesagt, die Erklärung heißt, erst einmal ganz kurz, ob es eine Tanzhandlung stand oder mit der Hand, wie wir es jetzt machen, das ist euch überlassen. Also wichtig ist nur am Anfang wieder mal, er muss rückwärts, das ist das Wichtigste. Das heißt, das heißt, wenn wir es jetzt in den Ursprung machen, wie, ge, schritt, wie, ge, schritt. Er hat von hier aus, links rückwärts, das muss man sagen, wie, ge, und schwingt sich die Dame in den rechten Arm rein, selber. Und dann ist das Wichtigste, das ist auch wieder einmal seitwärts. Und das heißt, das ist die Dame hier, wie, ge, seit. Die Arme dementsprechend, die tanzt von hier, ganz normal in den Grundschritt. Und wenn man sie reinschwingt, indem man so ein bisschen hier die Hand so ein bisschen, ja, wie immer nach J einfach führt, darf sie wie gegrübt da einmal in den Arm einmal rein drehen. So, er selber dann von hier, wie ihr eben jetzt mal gemacht, ist da von hier aus, von rechts ist einmal eins, zwei, drei. Also weiter drehen, ja, mit so einem Hinterkreuz. Das muss man von hier erst machen, wiege Schritt, Hinterkreuz auf, fertig. Die Damen, von hier, wiege rein, ja, da muss man so rein gedreht, und haben jetzt eins, zwei, drei. Ja, also wiege Schritt, eins, zwei, jetzt was ist. Also einmal auf die Abgang. Das ist ihre Abgang. Damit wir am Ende dann wieder so rauskommen, sieht das ganz normal, wiege Schritt, er darf einmal auf die rechte Hand hingreifen. Das heißt, da kommst du mal da zu kurz. Einmal. Ho, 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 ho. Heißt, das heißt, das heißt, hier, wiege Schritt, ja. Hier, gut, den Tanzkantum gehen und haben eins, zwei, drei. Da muss er hier einmal zugreifen, ja. Weil er jetzt links vorwärts geht, Daumen rechts zurück, wiege, links links greift unten einmal zu, rechts rechts kommt hoch, ja. So, von hier aus geht er vorwärts durch, er geht rechts rückwärts, wiege Schritt. Beide Hände über den Kopf hoch, langsam, wiege in den Arm, er kreuzt sie, läuft zugegriffen, wiege hierauf, lauf, lauf, lauf. Von hier aus, sie macht zum Grunde Cross Body Beat, ganz normal, wiege Schritt, lauf, lauf, lauf. Er hat wiege öffnen, dabei aber die linke Hand, die hier nach oben kommt. Selber dreht er jetzt damit, dass er vorwärts unter der Hand durchgeht, darf jetzt umdrehen, wenn der Daumen läuft, sodass sich die Hand hier hinten in den Rücken reindreht. Und jetzt macht er, ich sage immer so den Zauberer, der jetzt Zauberer auskürzt, erstmal da einmal loslassen, zack, dass ich hier wieder rumregen kann, und kann jetzt in dem nächsten Grundschritt einmal Caress und Tanze halten. Jetzt haben wir wiege, wer schnell ist, gleich wieder öffnen zu Cross Body Beat, Cross Body Beat ganz normal hinten dran. Alles komplett nochmal aus der Richtung unserer Hand, wiege in den Arm, lauf, lauf, umgreifen, wiege. Hand kommt hier unten drunter zu, Darme läuft unten drunter durch, wiege eröffnet. Dreht hier einmal, da kommt die Taube sozusagen, ja, und einmal Cross Body hinten dran, schieße rüber und dann stehen wir wieder da. Wunderbar, einmal rum, umgreifen, nun hier einmal durch, er trete mit, Cross Body zum Schluss, und jetzt machen wir wieder da. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ja, dann gucke ich mal, ob ich noch mal einen Zweißer mache oder einen Ratscharter, und dann vielleicht die Sonne, wer weiß, wer weiß das schon. Also bis zum nächsten Mal. Gut, das war's. Gut, das war's. Gut, das war's.